Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Zentrale des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes in Ost-Berlin ist heute von einer aufgebrachten Menschenmenge gestürmt worden. Zehntausende drangen am Nachmittag in das Gebäude ein und richteten schwere Verwüstungen an. Vorübergehend spitzte sich die Lage so sehr zu, dass das laufende Programm des DDR-Fernsehens unterbrochen wurde, um einen Aufruf der Regierung zur Besonnenheit auszustrahlen. Inzwischen scheint sich die Situation wieder entspannt zu haben, nachdem Ministerpräsident Modrow an Ort und Stelle zu den Demonstranten sprach. Horst Harnow berichtet. Kurz nach fünf wurde das Tor aufgebrochen. Die Zentrale des Staatssicherheitsdienstes, das Zentrum der flächendeckenden Überwachung und Bespitzelung, wurde gestürmt. Stasi raus, Stasi in die Produktion, rief in die Demonstranten und jetzt kommt das Volk. Für die noch verbliebenen Mitarbeiter des Staatssicherheit war heute der letzte Arbeitstag. Bis nachmittags um drei hatten alle das Gebäude verlassen. Keine Gewalt forderten die Bürgerkomitees, Veranstalter der Demonstration vor der Stasi-Zentrale, doch die Menge war nicht mehr zu halten. Fensterscheiben gingen zu Bruch, Türen wurden eingetreten, die Räume der verhassten Geheimpolizei wurden geöffnet und durchwühlt. An die wichtigen Akten, die Aufschluss geben können über die wahre Arbeit der Stasi, kam die Menge nicht heran. Sie waren, soweit noch vorhanden, in gemeinsamer Arbeit von der Militärstaatsanwaltschaft und der Volkspolizei schon seit Anfang Dezember in Sicherheit gebracht worden. So jedenfalls die offizielle Auskunft. Ab morgen, so der Plan, den die Regierung akzeptiert hat, werden Bürgerkomitees, Volkspolizei und die Militärstaatsanwaltschaft hier beginnen, gemeinsam die Geschichte des Ministeriums für Staatssicherheit aufzuarbeiten. Der Aufruf der DDR-Regierung zur Besonnenheit wurde mehrmals in das laufende Fernsehprogramm eingeblendet. Hier ein Ausschnitt. Die Demokratie, die sich gerade beginnt zu entwickeln, ist in höchster Gefahr. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ruft alle Bürger auf, in dieser schweren Stunde Ruhe und Besonnenheit zu bewahren und staatsbürgerliches Bewusstsein zu beweisen. Die Regierung setzt ihr ganzes Vertrauen in die Verantwortung der Bürger gegenüber unserem Gemeinwesen. Wegen des Sturms auf der Stasi-Gebäude wurden die Gespräche am runden Tisch abgebrochen. Die Regierung hatte am Vormittag den Vertretern der Parteien und Bürgerbewegungen einen Einblick in den Sicherheitsapparat der alten Staats- und Parteiführung gegeben. Danach war die DDR immer mehr zu einem Überwachungsstaat ausgebaut worden. Nach den Angaben der Regierung hatte der Stasi zuletzt 85.000 hauptamtliche Mitarbeiter und 109.000 Spitzel beschäftigt. Der Sicherheitsdienst sei mit 124.000 Pistolen und Revolvern und mehr als 76.000 Maschinenpistolen ausgerüstet gewesen. Der Etat des Sicherheitsministeriums habe im vergangenen Jahr 3,6 Milliarden Mark betragen. Zu den heutigen Gesprächen am runden Tisch Manfred Gimbala. Die Überraschung des Tages Ministerpräsident Hans Modrow. Er kam heute zum runden Tisch und machte Punkte. Der DDR-Bevölkerung präsentierte er sich einmal mehr als Politiker, der zum Wohl des Landes regiert und nicht im Interesse einer seiner Partei der SED. Sein Appell. Es lohnt sich in der DDR zu bleiben. Und an den runden Tisch gewandt. Es ist mein besonderes Anliegen, dass die Regierung mit ihrer Unterstützung handlungsfähig bleibt. Konkrete Vorschläge erwartet Modrow für sein geplantes Treffen mit Bundeskanzler Kohl. Zahlreiche Mitglieder des runden Tisches konnten dem Ministerpräsidenten ihren Respekt nicht versagen. Der als zögerlich geltende Politiker, heute hat er versucht, das Heft erneut in die Hand zu nehmen. Das Thema der alten Staatssicherheit überließ Modrow dann weitgehend seinem Regierungsbeauftragten sauer. Was die DDR-Bevölkerung, aber auch die Journalisten hier zu hören bekamen, überstieg fast das Maß des Vorstellbaren. Lässt nur noch die Deutung zu, die DDR kam im November nur knapp an einem Blutbad vorbei. Mit wachsender Instabilität der DDR wurde eine Perfektionierung der Überwachungsmechanismen des Amtes für Staatssicherheit angestrebt und verwirklicht. Der ehemalige Minister forderte, den wachsenden Einfluss sogenannter Andersdenkender zurückzudrängen. Deshalb wurde seit 1985, man muss es so sagen, eine totale flächendeckende Überwachungsarbeit angestrebt. Mitglieder von Bürgerkomitees meinten nach dem Bericht, auch heute seien nicht alle Fakten auf den Tisch gekommen. Zum Beispiel die Verflechtung der Staatssicherheit mit der SED. Um diese Verflechtung von Stasi und SED soll es in der nächsten Sitzung des runden Tisches am kommenden Montag gehen. Dann sollen auf einstimmigen Beschluss des Gremiums der frühere Staats- und Partei-Chef Krenz und der zuletzt für den Stasi zuständige SED-Funktionär Herger Rede und Antwort stehen. Wegen des Aufbaus des Überwachungsapparates in der DDR wurden jetzt die Ermittlungen gegen den ehemaligen Staats- und Parteichef Honecker sowie seinen früheren Sicherheitsminister Mielke erweitert. Gegen beide läuft nun auch ein Verfahren wegen Hochverrats- und verfassungsfeindlichen Zusammenschlusses. Bislang wurde gegen sie schon wegen Machtmissbrauchs und Korruption ermittelt. In mehreren Städten der DDR beteiligten sich heute Zehntausende an Warnstreiks für schnellere Reformen. Für zwei Stunden legten hier in Jena etwa 30.000 Menschen am Vormittag die Arbeit nieder und versammelten sich zu einer Kundgebung. Der Protest richtete sich vor allem gegen den Staatssicherheitsdienst. Kein Pfennig über Verbrückungsgeld für ehemalige Staatsmitglieder. Im Gegenteil, sie sollen ihre Arten abzahlen, die sie eingeheimt haben. Gegen Staatssicherheitsdienst und die SED-Führung wurde heute auch wieder in Leipzig demonstriert. Etwa 100.000 Menschen gingen hier auf die Straße. Wie bereits bei der Demonstration am vergangenen Montag wurden auch diesmal zahlreiche Rufe nach Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten laut. Wir treten auch diesmal wieder mehrere rechte Parteien aus der Bundesrepublik, die in Leipzig mit Transparenten und Flugblättern auf sich aufmerksam machten. Mit der Entwicklung in der Deutschlandpolitik wird sich morgen im Bonner Kanzleramt eine Koalitionsrunde befassen. Regierungssprecher Klein zog bereits heute vor Journalisten eine erste Bilanz. Danach seien die, wie er sagte, besorgniserregenden Irritationen der ersten Januartage zumindest teilweise ausgeräumt. Zur Begründung verwies Klein auf den Verzicht der DDR auf einen neuen Geheimdienst, auf Zugeständnisse bei ausländischen Kapitalanlagen, sowie auf die Einbeziehung von Oppositionsvertretern beim Bonn-Besuch von Ministerpräsident Modrow. Für Investitionen bundesdeutscher Unternehmen in der DDR noch vor den Wahlen am 6. Mai hat sich Arbeitgeberpräsident Murmann ausgesprochen. Im Norddeutschen Rundfunk sagte Murmann, mit dem jetzt von der Ostberliner Regierung vorgenommenen Kurswechsel hin zur freien Marktwirtschaft sei dafür die notwendige Voraussetzung geschaffen. In Bonn mehren sich die Stimmen, die eine Kürzung der sozialen Leistungen an Übersiedler aus der DDR fordern. Das SPD-Präsidium unterstützte heute entsprechende Forderungen des saarländischen Ministerpräsidenten Lafontaine. Und zur Stunde befasst sich die CSU-Landesgruppe im Bundestag mit dieser Frage. Die Bonner CSU-Abgeordneten wollen als erste Nägel mit Köpfen machen. Am vergangenen Freitag hatten sie in Leipzig nach Orientierungshilfen für die Unterstützung gleichgesinnter Parteien in der DDR gesucht. Heute Abend in Bonn wollen sie die Möglichkeiten sichten, wie man die Abwanderung von DDR-Bürgern, allein 25.000 schon in diesem Jahr, bremsen kann. Dabei geht es in erster Linie um die Neubestimmung, später vielleicht sogar um die Abschaffung des Vertriebenen- oder Flüchtlingsstatus. Nach dem Grundgesetz haben zwar alle Deutschen, ob aus der DDR, ob aus Polen, Rumänien oder der Sowjetunion, die gleichen Rechte wie alteingesessene Bundesbürger von der Sozialhilfe bis zur vollen Rente. Aber für Flüchtlinge gibt es zahlreiche zusätzliche Vergünstigungen, wie zum Beispiel die Entschädigungen für zurückgelassenen Hausrat, die unter dem Ansturm der Hunderttausende einfach nicht mehr zu bezahlen sind. Die CSU sucht nach schnell wirkenden Lösungen. Sie will keine Abschottung, aber auch keine Anreize. Dass sie damit Positionen der Sozialdemokraten übernimmt, stört sie keineswegs. Also ich bin der Auffassung, dass beispielsweise das Wichtigste ist, dass nicht ehemalige Stasi-Mitarbeiter, denen vielleicht der Boden in der DDR jetzt zu heiß wird, zu uns kommen, um dann hier alle Segnungen entgegenzunehmen. Das halte ich für das Allervordringlichste. Übergangswohnheime stehen ja auch nicht im Gesetz. Kann das so bleiben? Ich bin der Auffassung, dass wir hier zu einer Normalisierung kommen müssen. Wenn es legal möglich ist, aus der DDR wegzugehen, dann ist es auch denen, die weggehen wollen, zuzumuten, sich zunächst um eine Bleibung, eine Wohnung zu kümmern, ohne dass sie Übergangswohnheime in Anspruch nehmen müssen. Aber für eine Übergangszeit werden wir es wohl noch brauchen. Die kaukasischen Sowjetrepubliken, Armenien und Aserbaidschan stehen an der Schwelle zum Bürgerkrieg. Um das Schlimmste zu verhindern, so Ministerpräsident Rischkow, müsse Militär eingesetzt werden. Aus Baku, wo am Wochenende 34 Armenier einem Pogrom zum Opfer fielen, wurden heute 660 Armenier über See in Sicherheit gebracht. Im Norden der autonomen Region Bergkarabach soll die Lage völlig außer Kontrolle geraten sein. Das Präsidium des obersten Sowjet verhängt am Abend über die Region den Ausnahmezustand. Die meisten sind schon weggegangen hier. Sie haben Angst, hier zu leben. Man kann in dieser Gegend überhaupt nicht mehr leben. Es reicht uns jetzt. Wie lange soll denn das noch so gehen? Wo ist unser ZK? Wo ist unsere Regierung? Ein Glück, dass uns wenigstens die Soldaten helfen. Die Zurückgebliebenen versuchen sich, so gut es geht, selbst zu bewaffnen, nachdem immer wieder aserbaidschanische Gruppen armenische Dörfer überfallen. Jede Nacht wird geschossen. Blut fließt. Und die Zeit, da Verhandlungen noch geholfen hätten, scheint endgültig vorbei zu sein. Von beiden Seiten, von Aserbaidschanern und Armeniern, wird nach der Armee gerufen. Die Lage ist nicht mehr unter Kontrolle. So meldete es heute das sowjetische Fernsehen. Erst gestern wieder kamen die Spezialeinheiten zu spät, als anderthalb Stunden lang eine regelrechte Schlacht zwischen Armeniern und Aserbaidschanern stattfand, die vier Tote und mehrere Verletzte forderte. Der Einsatz der Sondertruppen wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Aserbaidschaner versuchen, diese Einheiten zu blockieren, sodass sie Bergkarabach erst gar nicht erreichen. Die untereinander verfeindeten Aserbaidschaner und Armenier nehmen gegenseitig Geiseln, Männer und Frauen, und es gelingt nicht, sie auszutauschen. So etwas wie Gesetz hilft nicht mehr, weil niemand mehr da ist, der das Gesetz verteidigen könnte. Noch gibt es keinen Bürgerkrieg, so war heute im sowjetischen Fernsehen zu hören, mit der Betonung auf noch. Das bulgarische Parlament in Sofia hat heute einstimmig die führende Rolle der kommunistischen Partei aus der Verfassung des Landes gestrichen. Die Abgeordneten folgten damit dem Beispiel der Volksvertretung in Ungarns, der CSSR, der DDR und Polens. Zugleich wurde eine Kontaktgruppe eingesetzt, die weitere Verfassungsänderungen diskutieren soll. In Prag haben heute Verhandlungen zwischen der CSSR und der UdSSR über den Abzug von rund 75.000 sowjetischen Soldaten begonnen. Sie sind seit der Invasion der Warschauer Paktstaaten 1968 im Land. Die neue tschechoslowakische Regierung betrachtet das damals geschlossene Stationierungsabkommen als nichtig. In Bukarest hat heute Bundesaußenminister Genscher der neuen rumänischen Führung umfassende Bonner Hilfe in Aussicht gestellt. Weiteres zentrales Thema seiner zweitägigen Gespräche ist die Situation der deutschen Minderheit. Außenminister Genscher lobte Offenheit und Realitätssinn der neuen rumänischen Führung. Präsident Ilyescu bedankte sich für mitgebrachte Hilfslieferungen, besonders für medizinisches Gerät. Rumänien erwartet die Wiederherstellung normaler politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Bonn und Bukarest. Bei der heutigen Gesprächsrunde mit Regierungschef Roman und Außenminister Celak sagte Genscher auch seine Unterstützung zu, Rumänien in das beschlossene EG-Hilfsprogramm für Osteuropa einzubeziehen. Die Bundesrepublik will zum Stabilisierungsprozess in Rumänien beitragen, war in Bukarest heute wiederholt zu hören. Von einer historischen Chance für ein besseres Europa sprach Genscher, der an einer Erinnerungsstätte im Zentrum von Bukarest der Revolutionsopfer gedachte. Der Kampf um die besten Bilder war der einzige Zwischenfall heute. Bei der Pressekonferenz nannte der Gast aus Bonn die drei wichtigsten Ziele seines zweitägigen Rumänienbesuchs. Einmal die politische Unterstützung des Demokratisierungsprozesses in Rumänien. Zweitens die materielle Unterstützung beim Wiederaufbau des Landes. Und drittens die Verbesserung der Lage der deutschen Minderheit hier in Rumänien. Wenig Erfreuliches bekam der Außenminister von Repräsentanten der Siebenbürger Sachsen und Banate Schwaben zu hören. Rund 80 Prozent der Rumänien-Deutschen, so die Schätzungen, wollen auswandern, auch nach der errungenen Freiheit. Denen, die in der Heimat bleiben wollen, sicherte Genscher verstärkte Hilfe der Bundesregierung zu. Die FDP-Führung hat sich für abrüstungspolitische Schritte ausgesprochen und dies in ihr Wahlprogramm aufgenommen. So soll die Bundeswehr auf 350.000 Mann verringert werden und der Wehrdienst auf 12 Monate, der Zivildienst auf 15 Monate verkürzt werden. Eine weitere Forderung ist der Verzicht auf den umstrittenen Jäger 90. Schließlich soll auf die Modernisierung atomarer Raketen und atomarer Artillerie verzichtet werden. Verteidigungsminister Stoltenberg, CDU, erklärte dazu, es sei verfrüht, jetzt die Verkürzung des Wehrdienstes und eine weitere Reduzierung der Bundeswehr zu fordern. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 16. Januar. Der Satellitenfilm zeigt über Europa gebietsweise Nebel oder hochnebelartige Bewölkung. Ein breites Bewölkungsfeld verlagerte sich im Tagesverlauf von den britischen Inseln und der Nordsee südostwärts und überdeckte heute Mittag große Teile Deutschlands. Die Wolken gehören zu den Fronten eines Tiefdrucksystems über Südskandinavien und dem Nordmeer, die Deutschland südostwärts überqueren. Dabei gelangt vor allem in den Norden und den Westen milde Meeresluft. Die Vorhersage für morgen. Überwiegend bedeckt und zeitweise Regen oder Sprühregen. Dabei im Südosten anfangs glatt Eisgefahr. In den Alpen Schneefallgrenze auf 1500 Meter steigend. Tiefsttemperaturen meist zwischen 1 und 6, im Südosten örtlich bei minus 4 Grad. Höchsttemperaturen 4 bis 8, im Westen bis 10 Grad. Mäßiger bis frischer, nach Norden hin starker Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten am Mittwoch unbeständig und noch mild. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin der Sturm auf die Ostberliner Stasi-Zentrale und vor dem Bürgerkrieg. Die Auseinandersetzungen in Aserbaidschan. Sturm auf die Ostberliner Stasi-Zentrale und vor dem Bürgerkrieg. Die Auseinandersetzungen in Aserbaidschan. Die Auseinandersetzungen in Aserbaidschan. Die Auseinandersetzungen in Aserbaidschan. Untertitelung des ZDF, 2020